Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ich fahre jetzt nach Köln zur Gamescom und zu den Videodays und hab mir einfach gedacht, ich vlog das Ganze mal. Ich hab jetzt gerade meine Sachen gepackt und werde gleich zum Bahnhof gehen. Ich fahre Zug nach Köln, weil fliegen wäre so ein bisschen unnötig gewesen. Die Zugverbindung und so weiter habe ich auch schon lange rausgesucht. Das heißt, es klappt alles und heute Abend werde ich dann da eine Wohnung annehmen und dann werde ich da mit Mitch echt so und einem RealLife-Kollegen pennen. Ich muss jetzt aber erstmal meine Sachen nehmen und dann auch direkt losgehen. So Leute, ich exel jetzt hier Wasser. So Leute, wir sind jetzt in Köln angekommen. Wir sind hier auch direkt schon an unserer Wohnung und ich dachte mir, komm, hau ich einfach mal eine Roomtour raus. Hier als allererstes mal meine Füße und hier ist auch schon der Eingangsbereich. Ich würde sagen, wir klopfen ja einfach mal und da geht die Tür auch schon auf, Leute. Ja, da kommt man rein. Hier ist mein Kollege am Start. Genau und hier machen wir die Tür natürlich wieder zu. So, wenn man reinkommt, ist dann hier rechts auch direkt schon das Badezimmer. Ist relativ schlicht. Eine Toilette, eine Dusche und hier ein Spiegel. Perfekt. So, geht man weiter, kommt man direkt auch hier in die Wohnung. Es ist irgendwie ein Hotelzimmer mit einer Wohnung vermischt, weil wir eine Küche haben. Hier sieht man dann auf jeden Fall erstmal so einen Kleiderschrank. Hier sieht man das Doppelbett. Den Fernseher. Die Couch. Hier kann ich dann meine Videos schneiden. Oder auch da. Ja, und hier ist dann zu guter Letzt, Leute, die Küche. Ja, ist auf jeden Fall echt cool, denn so ein normales Hotelzimmer hat natürlich keine Küche. Deswegen ist das, denke ich mal, auch eher eine Wohnung hier. Ja, ich kann euch nochmal so einen kleinen Rundumblick geben. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Und übrigens, Leute, wir haben auch richtig nice Balkons, beziehungsweise halt so eine Terrasse. Kann man das jetzt nicht wirklich nennen. Ein Balkon. Ist auf jeden Fall auch entspannt. Das Wetter ist gut. Und das war es jetzt auch erstmal mit der Roomtour, Leute. So, Leute, es ist jetzt der nächste Tag angebrochen. Wir gehen gleich auf die Gamescom, Mitch und ich. Und, ja, mein Kollege bleibt hier, weil er kein Ticket hat. Und dann werden wir auf jeden Fall ein paar nice Sachen filmen. Ja, Mitch liegt auch auf seinem Premiumbett. Wie geht's Ihnen? Also, ich liebe mein Bett. Mir gefällt es sehr gut. Danke auf jeden Fall nochmal dafür. Schau mal, wie lang das ist. Das ist wirklich... Das ist nicht schön. So, Leute, wir sind jetzt fertig, haben unsere Sachen gepackt und gehen jetzt zur Gamescom. Er hier bleibt auf jeden Fall mal so in der Wohnung und schaut einfach Netflix, weil er kein Ticket hat. Wir waren gerade in der EA Lounge. Wir konnten schon das neue FIFA 18 spielen und wollen später auf jeden Fall nochmal dahin und dann Battlefield testen. Ich werde das nachher auf jeden Fall dann auch filmen. Und, ja, es ist einfach mega nice hier. Wir gehen gleich noch auf die normale Gamescom und schauen einfach mal, was da so abgeht. Wir gehen jetzt in die EA Lounge und spielen ein bisschen FIFA und Battlefield, Mitch ist auch am Start. Ja, und wir nehmen euch jetzt einfach mal mit. So, Leute, wir fahren jetzt erstmal in die Wohnung und dann hole ich erstmal meinen Kollegen ab und gehe mit dem dann auf die Video-Days, weil er hier für die Gamescom keine Tickets hat. Vielen Dank, oh mein Gott, ich habe echt gehabt, oh mein Gott, das ist so, so schön. So, Leute, wir suchen jetzt Dagi Bee, Yannick ist dabei und Marvin floggt. Übrigens, checkt mal Marvins Kanal aus unter in der Beschreibung. Ja, mal gucken, ob wir sie finden, wir auf jeden Fall nice. Der CR haben wir Dagi noch nicht gefunden, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir sie noch finden, weil ich bin natürlich ein großes Bienchen bzw. ein großer Fan. Hallo, Leute, ich weiß nicht, ob das auf unseren Kanal kommt, aber das ist nur ein Foto. Ja, ich mache ein Screenshot, aber auf den Kanal kommt es auch. Achso, okay. Gruß mich, abonniert mich, ciao. Das ist auf meine Channel, danke. Hi! Leute, folgt mir auf jeden Fall mal auf Instagram. Ich habe da gerade ein neues Bild hochgeladen mit Dagi und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall noch mal irgendwie in die Arena gehen und uns da hinsetzen und so ein bisschen alles anschauen. Und ich nehme euch einfach mal mit. Wir sind jetzt fertig mit dem Video-Days für den ersten Tag erstmal. Wir fahren jetzt erstmal zum Hauptbahnhof, da ist ja auch der Kölner Dom. Und dann schauen wir uns ein bisschen die Stadt an und gehen noch vielleicht was essen. Yannick ist auch am Start. Wir gehen gerade über den Rhein, Leute. Das ist mein allererstes Mal, dass ich den Rhein mit meinen Füßen überquere. Ich werde euch auf jeden Fall ein paar Bilder zeigen. Das ist auf jeden Fall mega schön hier und ich zeige euch das Ganze mal. Jo, Leute, wir sind jetzt wieder in der Wohnung. Damit beende ich dann auch den Vlog. Mitch und so sind auch noch am Start. Und Leute, folgt ihm auf Instagram. Ja, folgt ihm auf Instagram. Ich renne euch den Namen hier ein, meinen auch. Ja, und wenn ihr Bock habt, dass Yannick sich mal einen Kanal erstellt, dann schreibt es mal runter in die Kommentare und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wir essen jetzt was und echt so kommt auch gleich noch und wir werden den Pranken. Das heißt, demnächst kommt ein neues Video. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Ciao.